Herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead, übersetzt von wibibischote.zobbibis. Ja, ihr wisst schon, wir spielen Episode 4 in Mitte der Ruinen. Und in der letzten Folge, das muss ich noch kurz erzählen, zu viel Zeit muss sein, das war krass, die letzte Folge war krass. Wir sind da aus diesem Einkaufszentrum von Carver, sind da geflohen, das haben wir auch geschafft, aber da sind einige Leute draufgegangen. Der Arzt, der Vater von Sarah ist da geschorben. Dann Sarisa, die Freundin, die Frau von Kenny, der jetzt mir oder Clem eben die Schuld gibt für deren Tod. Dabei wollte ich ja nur helfen mit der Armabhackerei. Und ja, genau wie damals mit ihm. You fucker! You're not helping my family! You're not helping Clementine! You're not helping anybody! Fuckin' hate you, Lee. Do you hear me? Okay, I'm so sorry about Sarita, huh? Well, that's nice of you. Seeing as this was your fault in the first place. There was nothing I could do. Seeing how things turned out, I think I might have preferred you do nothing. I tried to save her. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? That because you're sorry, it'll all magically go away? That's not how it works! Not for the last time. Just get the fuck out of here and leave me alone. Und es sieht so aus, als würde Rebecca bald mal ihr Kind kriegen. Und wir müssen dann auf ein schreiendes Kleidkind aufpassen. Und wenn die gebären wird, dann wird doch alles nach Blut riechen. Das heißt, wir haben die ganzen Scheißer dann auch noch an der Backe. So, und jetzt werde ich den mal plündern hier. Ihr wollt ja auch wissen, ob die was haben, oder? So, hast du was? Ah, zwei Patronen. Supi. Jawohl, kaum. Übrigens, das ist Jane, wenn ihr euch erinnert, sie da drüben. Und ja, ich denke mal, die ist zwar ziemlich hart drauf, aber die könnte eine echte Hilfe sein. Also, muss man wirklich sagen, weil sie hat Ahnung vom Überleben. Ja, was gibt's für das? Schmeiß weg den Scheiß. Nichts gescheites Zeug, Führerscheine. Was soll ich da mit? Ja, kannst wegschmeißen den Scheiß. So, und hier ist auch noch was. Achselschweiß gibt's da noch. Ja. Hat nie gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das gedacht war. Ich war zuvor in einer besseren Gruppe. So sieht's aus. Ja. Mit Lee vor allem hat's funktioniert. Genau. Ach, Lee. Du fehlst einfach. Dich kann man nicht ersetzen, Lee. Das ist auch noch so eine Geschichte. Ihre Schwester da. Ihre jüngere Schwester. Die Schwester von Jane. Vielleicht erzählt sie später noch was. Über ihre Schwester. Besser nochmal. Also das verstehe ich. Würde ich, glaube ich, auch machen in der Realität. Besser nochmal reinstechen. Sicher ist sicher, oder? So, wälz den Scheiß aber weg hier. Komm weg mit dir. So. Jetzt zappelt der aber nicht rum, oder? Au. Dachte ich jetzt auch was. Ruf noch Sarah. Das bedeutet nicht, dass sie tot ist. Wie solltest du... Ja. Nein, aber... Ah, 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 ah. Die ist noch da. Shh. Wusstest ich's. Okay, komm. Wir müssen einen Weg in finden. Jetzt geht sie ja schon wieder los. Ja. Ja, das ist eine krasse Episode hier. Ja, ist egal, falls sie in Schimmigkeiten stecken. Ich denke schon. Ja, was kann... Meinst du Zombie, oder was? Ja, eben. Ich gebe dir ein Messer. Ja, sehr gut. Nipps, nipps. Weil die Scheiß-Handachs, die bleibt immer wieder in den Schädel stecken. Da hat sie völlig recht. Das ist keine gute Waffe. Da bin ich mit dieser Ahle besser dran, denke ich. Die Uhr tickt. Wie können wir sie finden? Was jetzt? Ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Oh, Zombies zu killen. Da kannst du mich immer haben dafür. Okay. Kein Problem. So, jetzt. Haha, Zombies killen. Komm her, Scheißer. Ja, komm. Komm, kannst du das kriegen jetzt aber. Na, was? Brauchst du noch einen? Komm, du gib das auch noch. Komm. So. Zap. Das fiel die bessere Waffe. Ja. Ja, ich reise. Jetzt macht sie's noch cooler, oder wie? Ja, zeig doch mal her. Was machst du denn? Zap. Und? Ja, erstmal auf Höhe bringen und zack, in's Auge. Ja. Ja, dann kann er schon nicht mehr rumzappeln. Wir sehen, die hat Ahnung, die Jane. Die hat Ahnung vom Zombie killen. Die macht das nicht zum ersten Mal. So, jetzt muss ich wohl hier rüber, oder wie? Kann ich gucken? Ja, lass mir mal gucken. Okay, da. Oh, die wollen da rein, hä? Betrachte Streuder. Dann kann ich auch betrachten, den mal. Sind die da drin? Dann locken wir sie weg? Ja. Ich weiß auch schon wie. So. Nein, aber die können wir killen, die zwei, oder? Das geht. Was ist das hier? Also, geh mal da rüber, heißt das? Also, komm. Dann können wir da rüber kleben, komm. Was? Scheiße. Lässt du mich los? Stich ihn ab, Ren. Stich ihn ab. Komm, stich ihn ab, sag ich. Bist du los, du blöder Pisser? So, zack ab. So. Du hast letztes Mal geguckt nach mir. Der alte Humpel fritzt den stechigen Zauber. Komm zu mir, ja komm. Erstmal auf Höhe bringen, zack ab und zack. Super Trick, Jane. Gefällt mir. Ja, prima Trick. Gefällt mir. Da kommt Freude auf beim Zombie Kill. Was liebend ist? Oh, das sind wirklich viele. Okay, klingt nach einem Plan. Ja, Lärm wird funktionieren. Doch, doch, doch. Genau. Ich weiß es. Hier, Trommeln. Komm. Auf den Mülleiwand, Trommeln. Was kann ich hier? Zeig dir mal. Dann hier, schlagen. Was gibt's hier noch? Können wir mal mit ihr reden, doch. Das weiss ich doch. Ja, krach machen. Okay, jetzt darf ich mich wieder mal frei bewegen. Das finde ich schön. Soll ich einen Zombie da über den Zaun schmeissen? Das kommt vielleicht. Stich nochmal zu. Zustechen. Nichts. Sicher, dass sie tot sind. Ja, genau. Durchsuchen. Das ist immer gut. Hat er was? Ja, ich weiß. Der folgt auch schon länger da vor sich hin. So. Gibt's hier hinten noch was? Zeig dir mal. Oh, wer ist da wieder am Flennen dahin? Wieder so ein Weichei. So, komm mal her, Klepp. Komm. Was gehe durch leeren Anhänger? Ne. Aha, da könnte ich rein. Jetzt wollte ich aber erstmal hier noch gucken. Wenn ich mich schon mal frei bewege. Da gab es nämlich ein Auto. Genau. Lass mich da mal gucken hier. Ist da was drin? Aha. Aber hinten gab es auch noch was. Okay, da gibt es eine Hupe. Habt ihr gesehen? Aber hier mal gucken. Ist da was drin? Nein. Hä? Das finde ich ja wieder mal cool, dass ich mich hier mal ein bisschen bewegen darf. Und was ist, wenn ich da drauf haue? So, zeig dir mal. Was passiert dann? Das reicht nicht, ne? Ah, ah, ah. Jetzt kommt einer. Das ist gut. Schön einzeln. Das reicht nicht, ne? Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Okay, dann werde ich mal hupe hier. Vielleicht kommt dann einer. Oder soll ich zuerst da rüber? Da rein? Ich weiß nicht. Ich denke, ich werde erst mal hupen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Nicht, dass das nachher nicht mehr geht. So, komm, hupt doch mal. Ja, super. So, jetzt kommen ein paar. Super. Ah, jetzt reicht das nicht. Ja, dann klemmen wir da was rein. Komm. Hast du was? Wo ist da? Aha, was ist das hier? Das ist ein Schloss. Ich brauche den Schlüssel. Ich denke, ich weiß auch, wo ich den herkriege. Komm, komm mal her. Den hat bestimmt einer von den Säcken da in der Tasche. Sag mal, hast du den Schlüssel? Hast du den? Nein, du hast den. Also, dann gehe ich jetzt da rein. Komm. Komm, klemm. Da drin ist der Schlüssel. Du kannst hierher gehen. Aber wenn wir nicht die Walkers gehen, dann kommen wir nicht sehr weit. Sag dich, da drin ist... Ja, okay, der Schlüssel ist wohl nicht da drin, heißt das. Du hast ihn auch nicht. Gib den Schlüssel. Ob er den Schlüssel hat. Genau. Legen wir ihn auf die Hupe. Ja. So wie Futter die Zombies. So, komm, der ist nicht so schwer. Wobei, das ist ein ordentlicher Brocken hier. So, jetzt rein damit. Komm, neu Hoppchen. Das ist deine letzte Fahrt hier. Genau. So gefällt mir das. Oh, das ist auch wieder so ein hässlicher Scheißer da. Ja, klaro. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Komm, klemm, abbauen. Ja, weg, komm, lauf, lauf. So, jetzt hoffentlich ist die Bude nicht schon voll, wollte ich gerade sagen. Stich sie ab, komm. Ah, hinter dir, hier. Klapp. Da, da. Ah, unter, genau, unter uns. Jetzt, kaputt. Ah, zum Glück habe ich das nicht vergessen. Jetzt wollte ich nämlich erst den Kopf stechen. Was jetzt wieder? Warum ist der Stinker jetzt nicht mehr hinter dem Lenkerat? Ja, jetzt sitzt du nur noch aber auch fest. Ja, sonst mal rein hier. Ey, hier. Da. Warte mal auf, Klapp. Ja, komm. Komm, 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 komm. Komm, treten. Und zer... Hau doch mal zu jetzt, Klapp. So, genau. Sitzen wir rein. Komm, Klapp. Komm, komm, unten. Jetzt hoffentlich sitzen die hier nicht fest. Das wäre dann scheiße, wenn wir jetzt auch da drin festsitzen. Okay, okay, komm. Schön kippen. Ja, komm, komm, kippen. Ja, und... Das ist doch Luke. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch Luke. So, jetzt gehen wir. Ja, hab dich auch gesucht. Bist du ja weg. Wo ist Sarah? Ich weiß nicht, was zu tun, was zu tun. Wie immer. Ja, ich... Oh, die ist aber nicht gebissen, oder? Nein. Genau. So, deine Brille habe ich auch. Was wird Sarah los? Komm schon, los jetzt. Wurde ich sie gebissen. Ich ahne schon. Ich weiß nicht, es war nur nach Carlos, dass sie es verloren hat. Sie kamen durch die Wälder, wie ein Maniak. Ich habe sie vor, ich weiß nicht, wie lange. Und dann, als sie dieses mobile Haus sah, hat sie eine B-Line gemacht. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Ja, jetzt kommen die trotzdem rein. Nicht aus den Wäldern, ja? Genau. Was werden wir mit ihr tun? Also, komm, Sarah. Vielleicht hört sie auf mich. Können wir sie tragen? Helfen wir... Ja, vielleicht hört sie. Vielleicht kann ich ihr die Brille geben. Die sieht doch nichts. Oder wir müssen sie hier lassen. Ich weiß schon. So, jetzt unser dritzemal. Die soll jetzt verdammt nochmal nicht rumspinnen. Ich habe keine Nerven für solchen Scheiß jetzt. Spinne drum. So, komm, beruhig dich hier. Oh, Mann, oh. Oh, sieh, du musst mir zuhören. Ja, komm. Hilft's was? Ah, ach so, die ist pardisch. Oh, oh, der geht's richtig übel. Ich weiß, was du durchmachst. Du stehst das durch. Du bist nicht allein. Vielleicht ist es so, dass du jetzt alle allein bist. Aber du bist nicht. Ja, ich bin. Nein. Was ist mit Luke und Jane und ich? Wir kamen hier wegen dir. Alle uns in der Gruppe. Wir sind deine Familie jetzt. Immerhin hat sie reagiert. Haut ab, ihr Pisser. Jetzt können wir gar nichts mehr raus. Das ist nicht gut. Was ist mit der Skylight? Oh, wir haben es. Das ist nicht gut. Wir können keine Kinder mehr sein. Genau, unsere Freunde. Wir können keine Kinder mehr sein, Sarah. Du musst aufgewachsen, oder du sterben. Jetzt musst du dich zusammenreißen, sonst gehen wir drauf. Sarah, komm. Sonst gehen wir drauf. Muss ich das alleine machen? Ich seh schon, ich seh schon. Ja, was soll ich denn? Hier, hier, da. Lass mir erst mal Kühlschrank. Ja, genau. Yes. Okay. Okay, äh, das kann ich nicht nehmen, sonst kommt es ein anderer. Gib die Schöne. Scheiße. Dann müssten wir ja das nehmen. Dann kommen sie hier rein. Scheiße. Nein. Fuck. Die kommen doch rein, wenn wir das da wegziehen. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Fuck. Ja, block mal die Tür. Komm, schieben. Schieben. Oh, komm. Oh, die haben kaputte Rippen. Oh, das ist eine arme Saune. Nein. Ja, ja, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich sag, da, hau. Hau zu. Ich sag, hau. So, du auch. Komm her. Ja, genau. Schieben, schieben, schieben. Schieb. Schieb. Die kommen schon rein. Mach doch mal an, Clem. Schieb. Es ist gut. Dann kennst du auch schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Zu, 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 zu. Genau. Du musst da. Der kann doch nicht ziehen. Der hat doch kaputte Rippen. Okay, come on. Jetzt. Los, Sarah, komm jetzt. Sonst gehst du drauf. Jetzt, Clementine. Wenn sie nicht gehen will, kannst du sie nicht machen. Dann klatsch hier eine. Die muss jetzt mal aufmachen. Hier, sonst geht sie drauf. Ich bin überzeugt. Überzeugt sie, verdammt. Jetzt komm. Komm, klatsch hier eine. Denk, warte. Ich stirb nicht jetzt. Ich lasse sie. Ich stirb nicht. Ich stirb nicht. Oh, jetzt komm, Sarah. Verdammt. Schrag, genau. Hau hier eine. So, jetzt wach auf, verdammt. Komm jetzt. Oh, scheiße, war das krass. Komm, hoch, hoch, hoch. Oh, ich wollte ja. Ich hätte ja schon lange eins gepfeffert. Dann wäre die endlich wach geworden. Du komm, Jane. Ha, ha. Scheiße, war das krass, wenn er. Der wollte die Kappen füllen. So, nix wie weg hier. Nix wie weg. Oh, schwein. Ich dachte schon, die geht jetzt wirklich drauf. Wir sind doch kleine Fingerschuhe und so. Und du weißt doch, Freundinnen und so. Hast du das schon vergessen, Sarah? Ich bin hier verbunden. So, du weißt schon. Die hat das nicht vergessen. Das ist gut. Glaube ich. Okay, wir haben zwei gefunden. Ich denke, das sind alle, die noch leben, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Lass dich nicht unterkriegen. Du hast es wenigstens versucht. Wir werden das durchstehen. Ich verspreche es. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, die hat ja ihren Vater verloren. Aber ich frage mich gerade, ob die sonst noch was hat. Ja, das verstehe ich. Es war nicht leicht für dich. Würdest du mich zurücklassen? Ich dachte, ich könnte auf dich zählen. Ja, das ist wohl... Ich verstehe sie irgendwo. Das will niemand sehen, oder? Und nur, weil du sie heute hier rauskriegst, bedeutet das, dass du sie sie schaffst. Ich glaube, das kann jederzeit wieder passieren. Ja, aber Sarah hat ja nicht aufgegeben. Die ist einfach durch den Wind. Und die kommt mit der Situation nicht klar. Ich kann es nicht glauben. Als erstes du gesagt hast, geh, war ich der erste auf dem Ruhm. Ich habe meine Meinung bereits gemacht. Ja, ist doch gut. Luke. You can't let it eat away at you. Ist doch gut. Hast du uns doch aufgeholfen. Wo ist das Problem? Well, I can't forget it. I dragged my sister across four states. And every morning she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her. Or push her. Or goddamn carry her if I had to. Wow. Until this time, Walkers cornered us, forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump, couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted. And I left her there. Jump to the next building over by myself. You left your sister? Jane, I'm really sorry. Das muss hart sein, jemand vier Jahre lang rumzutreiben. Jane, I'm really sorry. 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 Jane wird sich daran erinnern. Ja, hoffentlich. Das darf man nie machen, Leute vergleichen. Das kommt nie gut. Das sind immer schlechte Vergleiche. Die hinken immer. Und zwar mehr wie hier der Luke hinkt. Jetzt hoffentlich sind die anderen überhaupt noch da. Okay, Mike ist noch da. In dem Fall der Rest wohl auch. Hey. Das war mal ein Teufelsgerl. Nein, auf der Beach ist es kein Teufelsgerl. Schote, was ist das für eine Übersetzung hier? Hurensohn war das. Oder Sohn einer Schlampe. Ja, knapp hat sie es geschafft. Ja. Was willst du mir jetzt wieder offenbaren? Nichts Gutes, oder? Ja, das musst du mir nicht sagen. Das sehe ich. Ich glaube nicht, er könnte es versuchen. Kenny, der hat ein Kind gehabt. Kenny hat eine Familie. Er könnte helfen. Hätte ich gesagt. Genau. Ist der schon weg? Der ist abgehauen, oder wie? Da ist eine Kanone. Habt ihr gesehen? Vielleicht können wir auf die Streuner ballern. Das ist doch so ein konfederiertes Camp hier. Ich werde da reingehen. Wir müssen ihn dazu bringen, da rauszukommen. Ich habe ihn schon einmal so gesehen. Nämlich im Zug. Wobei, das war Lee. Nee, ich weiß nicht. Aber der hasst mich. Der hasst mich. Und ich würde dich nicht fragen, wenn es für das Baby nicht klappt. Ui, ui, ui. Ui, das wird die Hölle. Parkers Run Memor... Wusste ich, seht ihr? Hier, Parkers Run Memorial Museum. Das ist doch so ein... Kann ich das zeigen? So ein Museum da. So ein... Aha, Bürgerkrieg-Museum von den Amis. Da ist er wohl drin. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Aber die Zeit ist schon wieder um hier. In mitten der Ruinen. Und jetzt sind wir wohl schon mittendrin in den Ruinen. Jetzt wollte ich mal gucken. Kann ich da rüber? Da kann ich nicht hin. Schade. Also, das nächste Mal gehen wir da zu Kenny rein. Da gibt es wohl einen ordentlichen Anschiss. Fürchte ich? Seht ihr auch so, oder? Also so... Oh, da hat es... Die Rahmen sind ja... Nein, die warten schon auf Futter. Oder? Ein ganzer Schwam wartet da schon. Wer wird wohl das Opfer darstellen für die? Die warten auf ihr Futter. Seht ihr? Die Clem hat es auch bemerkt. So, also in der nächsten Folge gehen wir da rein. Ja, nähren die... Da steht es auch näher, die ich zählt. Oh, nächstes Mal dann. Ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Oh, hab mich sehr gefreut, dass ihr hier auch wieder dabei wart. In dieser Folge. Ja, Clem, ich hab's gleich. Ja, wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. 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 Vielen Dank.